ja schau mal, da kommt der Luca, jetzt rennt er zur Atmisch ja Luca, streicheln ist gut, hochheben ist ein bisschen gruselig das ist der Luca, der sucht noch ein Zuhause mit dem gelben Heißband auch ein ganz süßer du mal schmusen, genau nur mit dem hochheben, das findet er ein bisschen doof, warum auch immer aber ansonsten ist er total süß der Luca, das ist krass, oder?